In der Eintracht vieler liegt die Kraft, die das Gute bewirkt. Dazu beizutragen ist eines jeden Aufgabe. Seit der Gründung des Versicherungsvereins im 19. Jahrhundert durch Erzherzog Johann und somit seit schier unglaublichen 200 Jahren ist die Grazer Wechselseitige, kurz Grave genannt, ihren moralisch wertvollen Prinzipien treu geblieben. Näher beim Kunden, näher an den Versicherungsfällen. Dieses Credo bewegte die Vorstände des steirischen Marktführers erneut zu einem wichtigen Schritt, der jüngst dem Norden von Graz zugute kam. Feierlich und mit dem göttlichen Segen von Pfarrer Burkhardt wurde das Kundencenter der Grave inklusive Zulassungsstelle in der Grabenstraße in Andritz eröffnet. Wir freuen uns natürlich, dass wir hier sind und sind euphorisch und sehr motiviert. Wir sind keines der Unternehmen, das im Wind wankt und einmal so und einmal so und unsere Kunden dann nicht wissen, was morgen ist. Wir sind hier, wir bleiben hier. Natürlich ist der Name Graz in unserem Firmennamen natürlich auch ein Auftrag. Und wir haben einfach gesehen, dass wir Kunden nicht nur im ländlichen Bereich, sondern auch im städtischen Bereich anbieten müssen. Und dadurch ist diese Entscheidung hier in Andritz auch ein Büro zu eröffnen zweifellos die richtige. Versicherungen im privaten und betrieblichen Bereich, im jungen oder hohen Alter sollen den Leuten nun auch im nördlichen Ballungsraum von Graz das höchste Maß an Sicherheit und Schutz bieten. Das allergrößte Ziel der Grave ist einfach für unsere Kunden dort zu sein, wo die Kunden sich befinden. Sprich also wirklich am Punkt zu sein, wo die Kunden uns brauchen. Dort müssen wir für die Kunden sein. Künftig repräsentiert ein 15-köpfiges Team den internationalen Großkonzern mit seiner im hohen Maße familiär geführten Struktur auch in Andritz. Man ist als Angestellter der Grazer Wechselseitige keine Nummer, sondern man ist ein Mitarbeiter, der familiäre, soziale Gefühle hat und das zeichnet die Grazer Wechselseitige aus. Doch was macht nun den perfekten Grave-Mitarbeiter aus? Vielleicht lässt es sich am besten verdeutlichen an einem Spruch, den ich hier gehört habe. Der Grave-Mitarbeiter steht ein bisschen früher auf als andere, er geht ein bisschen später liegen als andere und dazwischen tut er ein bisschen mehr als andere. Und ich glaube, damit kann man das zusammenfassen. Diesen Spirit, den spürt man halt hier aller Orten und allgegenwärtig. Jung und jung gesellt sich gern und so folgt bei der Grave auf das Du-Wart sogleich ein lässiges Angebot. Only for you. Das Leben hat viele Seiten und dazu gehört eben auch die Grazer Wechselseitige. Das Leben hat viele Seiten und dann auch die Grazer Wechselseitige.